Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. No question? Everything is clear? Vielen Dank. Okay. If you have any question, oh, I'm not, 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 Ich habe mich gefragt, warum ich das Video habe? Ich habe mich gefragt, ob ich die Rechnung habe. Was haben die Transaktion? Ich habe die Daten, weil ich die Credit Scoring in der Produktivität habe. Ich habe die Amount und die Transaktion, die Start-Time, End-Time. Hier gibt es die Daten, die internationalen Daten, internationalen Daten, dann müssen wir We have to customize them to our data so you have these features. Maybe I will share and I will share the document. It is clear. Was ist die Transaktion? Ja, das ist die Transaktion. Das ist die Kontrolle. Okay, okay. Was ist die Geografie? Was ist die Kategorie? Die Kategorie ist die Kategorie. Die Kategorie ist die Kategorie. Die Kategorie ist die Kategorie. Das ist die Transaktion. Okay, okay. Vielen Dank. 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 Wir haben hier, dass Sie die Kategorie Kunden befolgt. Richtig ist die Kategorie und die Lotsch gentile und Dateneraler. muss ich Ihnen solche Informationen fest sein holen. Das heißt, dass wir die Risiko-Modellin und Risiko-Modellin und Risiko-Modellin und Risiko-Modellin. Das sind die Dinge, die wir in der Regel machen können, aber auch die Risiko-Modellin und Risiko-Modellin und Risiko-Modellin. Das ist das eine Summe-Modellin-Decision-Tree. Das kann man auch die Risiko-Modellin und Risiko-Modellin und Risiko-Modellin und Risiko-Modellin. Das wird das Kommen-Modellin und Risiko-Modellin und Risiko-Modellin. So it will help you to understand more about this credit scoring. And also the other references that we have. This is the other resource, but I think it's a bit large, but you will get more out of it. And it will explain to you how this credit scoring helps for the bank and as well as how these models work for large and small enterprises. And how do you apply them. And it's a full project report, so you can read to it and you can benefit from what's there. This is also the other credit scoring based on bank transaction data. Somehow it seems large, but it will give you a clue on how to tackle the problem. Anything else which we need to discuss? I assume that the room is silent, so everything is clear. Everyone knows where to start and what's the project about this week? Maybe I have a couple of questions. What do you understand from this challenge and how you're going to tackle it from what you have heard so far? Like the main goal on the way meter depth and measuring color. Whatever I want to keep it on? I'm sure I'm not sure about this. What's the problem here? I'll be there. I'll be there. I'll be there. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Thank you. 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 und die Lokalhost-Deployer-Demail-Domain-Demail. Wir haben dann die Publicly Identified ID und der DNA. Die Hostname ist nach, weil wir die Lokalhost-Demail-Demail sind, können wir die Stil-Rautosch-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail. Es ist klar, es ist klar. Das ist die Antwort, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben die Antwort auf die Frage gestellt. Wir haben die Lokal-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail. Ich glaube, eineadatsch LCD-Fammer-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail-Demail, ist das W Games liest. Es ist wichtig, wenn die Golf-What-Klima gern hiring, die Technikbund cubic 내려ge buradan sie. Jetzt donkey kommt es um den Weg B-demaail zu normallum. Ja, ja, ja. Wie kann man die Bilder ausprobieren? Ja, das ist doch. Ja, das ist doch. 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 Wenn man die Kamera dannt, dann unten, dann unten. Okay, das ist doch, Das ist doch. Das ist doch, wie wir es? Also, das ist doch. Das ist eine gute Frage. Okay, ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage, die wir uns an den Weg finden. Wenn wir die Lösung haben, die wir hier nicht vermitteln, dann können wir die Lösung, die wir hier haben. Wir können die DERD-Deployment sein, die wir auf dem Modell-Developen sind. Wir sind ein paar Versuche, die Daten. Dann werden wir die Daten entsprechend den Modell-Developen zu vermitteln. Ich habe die Daten mit den Daten gesagt. Diese Daten hohe, ich meine. And behold, any model develops that are good, useable 뭐ast? The usable Ethnic law through API code, API code called cloud not backend, any folder in the first consumer address. That's the ultimate call from the backend side. Then in front, in the tweet, Das heißt, das ist eine Alternative von Django oder Flasken, das ist eine Interaktiv-Frontein. Das heißt, das ist die API, das ist die Mardrago, das ist die Mardrago, die die Wir haben uns auch die Ausbildung gemacht. Wir haben die Modul-Modul gemacht, und wir haben uns auch die Modul-Modul-Modul gemacht. Wir haben die Management-Maintain-Aberatung. Wir haben die SAP-Modul-Modul gemacht. Wir haben die Möglichkeit, dass wir die Efficient-Modul-Modul-Modul-Modul-Modul-Modul-Modul-Modul-Modul. Vielen Dank. 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 Yeah. Okay. Yeah. 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 Die Bank will decide on that. Das ist eine Herausforderung. Ja, wir können eine Diskussion schreiben. Sie können mir oder uns schreiben. And every stand-up will explain this more in-depth. So, we will share the document and we will share the document. ... ... Point of discussion. ... So, Kalele, I think we will just stop it here. Now, let's have this, the same call after in, like, tomorrow on Standard. Thank you, everyone, for joining.